So, wir starten mit Topscan, Poseidons, Rache von Morier. Jemals Körnern. Auf was hab ich mich hier eingelassen? Und ich komm mich heim wieder raus. Das ist ja wirklich schön. Oje, das kann man es werden. Die Begriffe, die Begriffe. Wir spielen! Die Begriffe! Die Begriffe! Und wir werden die Begriffe. Oh, das ist doch eben. Aber bis jetzt geht es einigermaßen. Oh je, jetzt geht es ab. Vollgas. Oh, Alter. Kopf beim Bügel anlegen, das ist gemütlicher. Die Hälfte haben wir, jetzt geht es nochmal rückwärts. Aber nicht so erhältlich wie es geht, da habe ich das Gefühl. Oh Gott. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, je, je. Oh, je, je. Oh, je, je. Oh, je, 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 je. Hoffentlich ist's gleich vorbei, ey. Jetzt ist's hüttwärts nicht nur ohne. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Fängt da noch an oder was? Boah, geschafft! Mann, war das heftig. Vorwärts ging es, aber rückwärts. Das ist fertig. Das war das letzte Mal, dass ich einen Tops-Gang gestiegen bin. Köschen, ich bin fertig.